Hier war der Platz irgendwo, hier vorne irgendwo, wo ich gefilmt habe und dann wollte ich gerade hoch gehen und ich wollte euch einfach mal was lustiges zeigen, weil guckt euch mal, guckt euch mal das Moos an, man kann einfach drauf laufen. Das ist richtig lustig, das ist richtig fluffy. Und hier zwischen sind halt so mal kleine Steinchen, also so Steine, nicht wirklich, also so kleine Kuhlen halt, wo halt so Sand ist und so. Und das ist mega fluffy. Man kann hier einfach drauf laufen. Ich mach das jetzt noch nicht mit Schleiche oder so, ich laufe ja selber rüber, wie ihr seht. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil das ist so lustig. Und man hinterlässt hier doch seine Schuhabdrücke da drin. Aber das ist nicht so schlimm, das macht einfach Spaß hier drüber zu laufen. Ja. Hier bin ich eben lang gegangen, bis ich gedacht hab, ach komm, ich mach mal ein Video und zeig euch das mal. Aber, naja. Oh, hier bin ich jetzt richtig eingesunken. Man hat hier echt, man denkt, guckt euch das mal an, man denkt, dass sind Felsen, die Moos bewachsen sind. Aber das ist einfach nur Moos. Das ist echt lustig. Ja, ich wollte euch das einfach nochmal zeigen. Hier auch die Aussicht. Das ist voll cool. Das ist Aussicht einfach. Und da liegt Schnee auf den Bergen. Das ist echt cool. Danke.